So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir den Änder-Drachen-Farm erlegen. Heute mit dabei, von links nach rechts, Bart, Lumi, Mango, Timorus, Mazat, Emi, Feister und Timmit. Wuh! Was bisher passiert ist. Hallo! Wow, 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 wow. Hier ist das riesige Kürbishaus, ja, ja. Feister, ich hab ja morgen Geburtstag, ne? Und ich wünsche mir doch ganz doll ein Schwert mit Lutein 3. Okay. Happy Birthday! Ich hab noch eine kleine Überraschung. Was könnte das noch sein? Oh, was? Hallo, Leute. Was geht? Ich hab heute Geburtstag. Und wir spielen heute auch Minecraft auf dem Gang-Server. Wow. Und wir machen heute den Änder-Drachen, okay? Den Änder-Drachen. Ja, also ich find Amorga's auch immer ganz toll, ähm, bitte ladet mich öfter dazu ein. 8 Uhr 1 Abend. Haa, ja. Toll. Was? Tim Horus war da grade? Da hat jemand als Tim Horus gekillt. Ja, nächstes Jahr wieder. Super gerne. Bei mir wäre schon kein Bock, na ja. Ich weiß immer nicht, ob ich, ähm, wie viel ich reden soll, weil, wenn ich nicht rede, bin ich sass. Und wenn ich rede, dann bin ich auch sass, so. Egal, was ich mache, ich bin immer sass. Hallo. Vielen Dank. Wie lange kriegt diese Pause? Wo ich richtig spüre, wo ich auch die ganze Zeit den Killer-Korle so. Warte mal. Ich soll mir den Namen von der Hexe angucken. Ey, Junge, was ist das für ein Pferd? Oh mein Gott, Lukas, kannst du bitte einmal zu mir kommen? Guck mal, wie die Hexe heißt. Sag nicht, sag nicht, aber nur Reaktion. Oh mein Gott. Ist das Boden? Ist das Boden? Hier, Tim Horus, der Hexe. Jo, Marcel kam einfach angeritten. Junge, die im Diamantpferd. Ready to destroy. Geh mal rein und guck dir mal an, wie die Entity drinne heißt. Joi, feini. Linda. Oh mein Gott. What? Why? Ja, why? Linda ist also ne Hexe. Emi, du, äh, nee, Linda, du bist die süßeste Maus auf dem Planeten. Hör nicht auf, auf das, was da steht. Du musst ancient debris, hast du schon ne Zunehmen. Leute, ihr könnt mich nicht so, wenn Linda das sieht, bin ich tot. Ich, ich muss sie vorwarnen. Oh mein Gott, ich fang so an zu schwitzen. Oh mein Gott, ich kann das nicht, ich werde so tot sein. Huh. Huh. Okay, ähm. Ich, ähm. Mir geht's gut. Hallo Linda, du süßeste Maus auf dem Planeten. Ich hab mich so mit der Nacht gefreut, ähm, über das Publikum so süß von dir, vielen, vielen Dank. Ich hab mich super krass gefreut. Ich hoffe, du hast noch die beste, beste, beste Time auf dem Planeten in Japan. Ich vermisse dich jeden Tag in der Lobby und ich freue mich schon auf, wenn ich so und gerne losgehe bis dahin. Hab einen wunderbaren, mehr als verdienten Urlaub in die Zeit, die ließ es entdecken. Und ich muss noch hinzufügen, du wirst wahrscheinlich, wenn du zurück bist, einen Clip, äh, bekommen, der richtig aus dem Kontext gerissen ist, was richtig fies ist, weil, ja, ein paar Leute wollen mich leiden sehen. Ähm, naja. Ja, ähm, ganz liebe Grüße. I am always two steps ahead of everyone. Gibt es irgendwas an Equipment, was, äh, wichtig wäre? Rüstung oder? Wassereimer ist gut. Sonst kann jemand sich drum kümmern, dass wir maybe alle einen Kürbis haben, den wir auf dem Kürbis haben. Das habe ich schon gemacht. Ich mach jetzt Pfeile. Es ist immer ein bisschen komisch, wie die mit MW-T-Pen und so. Hier, da, alles, was in der Gierseite drin ist, das ist das Setup. Ich hab gerade herausgefunden, man kann einen Rucksack nicht in den Rucksack reinlegen. Das ist crazy. Das ist aber eigentlich unrealistisch, ne? Weil du kannst ja im echten Leben... Ich kann dir einen Rucksack in den Rucksack stopfen. Ja, du im echten Leben kannst ja auch einen Rucksack in den Rucksack legen, eigentlich. Warum nicht in Minecraft? Was brauch ich noch für Nether? Gibt es einen Rucksack, der Slow Falling gibt, Tim? Weißt du das? Hm, ich kenne alle Rucksäcke auswendig und... Äh, nein. Schade, weil das wäre perfekt für euch. War das ein Diss? Das war ein Diss? Oh mein Gott, das war ein Diss. Aber dann ist es ja nur weg. Aber dann kriegst du wieder. Nee, im Ending... Also das geht auch... Aua! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Warum? Warum? Das war gar keinen Sinn. Da versteckt sich jemand hier im Busche. Ich sehe da so einen blauen Diamond-Hut. Au, au! Ich brenne auch! Aua! Ich sterbe! Oder so. Ohaha! Okay, ab zu Feister. Geh zu Feister. Guck mal, das ist so geil, das Ding. Okay, re-talk. Du musst dich da kurz mal reinstellen. Oh mein Gott! Was? Ach Gott, ach so. Oh mein Gott! Hä? Famous, famous. Ge-Rig-Rollt einfach. War das das Geschenk, oder was? Das ist gestärkt. Was könnte das nur sein? Oh. Was? Aaaaaah! Wir wollen ihn jetzt nicht sammeln. Einige Stunden voller Gesang später. Girl, you know it's true. Ihr könnt alle dem Fluss kurz folgen hier. Ja, wir gehen jetzt zum Ende. Komm her. Yeah. Es ist soweit, als Gruppe. Wuhu! Ja. Ja. Wir können weiter rennen. Wir müssen tausend Blöcke in die Richtung jetzt. Oh, ist das so? Tausend? Mhm. Ich hab nur drei Balken. Dann ist das, also ihr müsst bedenken, wir gehen jetzt zu einer Struktur. Ja. Um diese Struktur spawnt in Ringen an der Minecraft-Welt. Okay. So zu erklären. Und der erste Ring ist so um etwa bei tausend Blöcken. Viele weitere Minuten von Malunas Gesang später. Baby, bitte macht ihr nie mehr Sorgen um Geld. Haben wir eine Waste noch ein? Ich hab eine Waste dabei, yes. Ich weiß gerade nicht, ob das Lelele ist oder Crow. Oh, wir sind vorbei schon. Oh, krass. Wir suchen jetzt alle uns hier einen Spot und bauen uns gerade runter. Warte mal, du hast nicht gesagt, dass wir eine Schaufel brauchen, Feister. Ich hab keine mitgenommen. Ich finde, du gehst runter und suchst uns in Richtung, dann mach ich Wasser da rein. Ja, können wir auch machen. Ich hab halt kein Wasser immer gerade dabei. Wenn du willst, kannst du mir reinholen. Ravel. Na gut, wir warten hier oben. Speedrun. Kann jemand Wasser runterlassen? Was ist passiert? Habt ihr es schon? Ja, ich crafte neun und fülle ihn. Warte, ich hab doch ganz viele. Nee, aber nicht hier oben. Nee, den Wassereimer an sich fallen lassen, damit man unten Wasser aus dem Land machen kann. Hier, bitte. Ihr könnt jetzt rein. Ich spring, ich mach. Sprung runter, spring runter. Yeah! Ich lebe. So, dann müssen wir uns das Portal suchen. Der Schrei, Numi, das war Genius. Dein Schrei gerade. Timmit, bist du da? Ja, ich bin schon durch, ja? Ich bin schon hier. Wie, schon hier? Wie? Er ist schon durch, aber. Was meinst du schon hier? Bist du bei den anderen? Bist du dann bei den anderen? Ich bin bei dem Portal. Ey, wir, das ging jetzt so schnell, also. Ja, du bist doch gar nicht an uns vorbeigegangen. Nee, ich hab den anderen Weg genommen. Ganz weird einfach. Guck mal so ein Auge da reingesetzt. Ich geh dir auch gar mal ganz kurz auf Toilette. Hallo, ich geh auch ganz kurz auf Toilette. Hey, Numi, du hast so ein Ende-Auge. Wir stellen es jetzt hier alle hin und dann placen wir die einfach. Alle gleichzeitig. Das wird richtig cool fürs Video, fürs Video. Numi, wirf das Ende-Auge weg. Timmit, du hattest doch noch mehr über, oder? Nee, nee, ich hab die alle in die Kiste getan wieder. Oh, nee, oder? Doch, doch. Und es fehlt dann, glaube ich, eins. Oh. Wer macht jetzt wo rein? Ich muss, ihr stellt euch mal kurz schon mal Alibon-leeren-Frame. Vielen Dank. Drei, zwei, eins, go. Go! Wow! Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube- Weil heute machen wir die Wände, der Drachen. Und dann gehen wir rein. Jens, go. Jippie! Haben alle den Kürbis auf? Ja, Kürbis auf, Kürbis auf, ja. Ich seh nix, ich seh nix. Kürbis. Oh, wir sind ja komplett, okay, scheiße. Alle vorsichtig sein. Vorsichtig, nicht, dass die Rolle fällt. Hier habt ihr im Weg schreien, ne? Ist da noch ein Resurce-Pack drin? Aber wart. Nee, das soll auch ein Resurce-Pack sein. Let's go. Dann rumbenennen. Hier drin ist der Waystone. Lass den einfach. Müssen wir nicht einfach nur auf die Türme klettern und irgendwas kaputt machen? Ja, auf den Türmen sind diese Kristalle, die müssen wir zerstören. Damit regeneriert der Drache sich. Sind wir bereit? Können wir hoch? Ja, ja, ja. Cool. Attacke! Okay, Ränder auf den Türmen. Jetzt bist du dran, du Ender-Drache! Safe nicht runterfliegen, das wird bestimmt super laufen. Geht der alle da jetzt rauf? Attacke! Ich nicht, ich schieß mit Pfeil und Bogen einfach rauf. Achso, warum bin ich hier überhaupt hin? Hä? Ich dachte, wir machen die Kristalle kaputt. Die sind eigentlich ab und irgendjemand hat's schon gemacht. Achso, ihr habt die schon gemacht? Ich hab zwei, drei zerstört. Ich hab zwei, drei zerstört, nur auszusehen. Ja, zwei, drei, Junge. Ich stell auf diesem Turm keiner mehr da. Nee, jetzt haben auch andere zerstört. Ich seh wirklich keinen einzigen. Dann schieß auf den Drachen, Gumi. Jetzt musst du einfach den anderen Drachen falten. Gut. Attacke, Attacke. Junge, der wird ja so zerstört bei uns. Der kriegt sich böse auf die Fresse. Wir haben halt alle Bögen, alle volles Setup hier. Oh mein Gott. Ich hab ihm Headshot gegeben. Jogi, die Pfeile. Was macht der, was macht der? Gerade könnt ihr die Pfeile, gerade könnt ihr nicht treffen. Achso, das ist schlecht. Ja, aber wenn wir die stacken und der losfliegt, dann stecken die auf einmal alle drin, der brennt. Loll, der kriegt Schaden, der kriegt Schaden, der kriegt Schaden. Attacke, Attacke, Attacke. Alter, ist der laut. Ich hab noch nie Ender-Dragon gemacht, aber das ist ja Peace of Cake. Oh mein Gott. Ja, mit so vielen Leuten ist das echt easy. Oh mein Gott, das ist ein Anti-Air, Alter. Attacke. Er wird halt wirklich gemobbt, ne? Also, was ist das? Wirklich? Der denkt sich auch so, lass mich fliehen. Ich muss raus. Also, er wird gleich wieder hier in der Mitte sein, dann könnt ihr nicht treffen. Ja, bis dahin können wir ihn noch töten. Oh mein Gott. Was? Loll. Oh. Und jetzt stelle ich mal vor, ihr würdet während wir den besiegt haben, alle so'n dreckigen Kürbis auf dem Kopf haben. Pass auf, dass ihr nicht im Brunnen steht. Im Brunnen? Ähm, er will nur das ganze XP haben für sich. Er will die XP. Nein, aber nicht. Man, aber ihr wollt... Du bist halt zurück in die Overworld. Ja, du bist ja jetzt zurück in die Overworld, ihr Pid. Achso. Kann jemand Wasser machen? Wo bist du, Emi? Hier oben. Jetzt fängt es, jetzt fängt es für jeden eigentlich erst an. Jetzt da hinten, da wo wir gerade hergekommen sind, müssen wir jetzt zu so einem Portal. Und dann geht's in die Outskirts. Hat jemand Trapdoors dabei? Ich kann Trap. Äh, wir können Wasser machen einfach. Ja, okay. Ihr müsst ganz schnell escape und diskriminieren. Wenn wir jetzt erkunden wollen, ja. Was müssen wir? Ja, warte, ich renne jetzt mal satt. Was müssen wir ganz schnell? Hast du gesehen, wo sie gefallen ist? Ja, ja, ich weiß schon, wie ich das clean mache hier. Wenn ihr mehr Wasser braucht, sagt auch Bescheid. Ich habe irgendwie einen Rucksack mit sieben Wassercharges oder so. Okay. Du musst ein bisschen... Ich konnte nicht... Das Wasser war zu weit rechts platziert. Fell out of the world. Was da alles? Da unten ist der Grabstein gespawnt. Hast du alles wieder? Ja. Für die zwei Monate Prime. Was haben wir getriggert? Okay, dann mit dem Ding reinschwimmen. Ich... Aua! Oh Mann! Ja, ja, sie ist auf dem Dirt gelandet. Okay, sehr gut. Alles safe. Oh mein Gott! Es ist so gut! Okay, also was müssen wir jetzt machen? Ihr müsst ja jetzt in die Traptor jetzt reinstellen in den Block. Und ja, genau. Und dann müsst ihr den einmal aktivieren. What the fuck? Dann schwimmt ihr da so mäßig rein. Geht einer dran? Jetzt ist das Ding, dass ihr hier euch über die ganzen Inseln bauen müsst, bis ihr eine Stadt findet. Bleiben wir alle zusammen oder gehen wir woanders hin? Es lohnt sich mehr, wenn man sich trennt. Das Wichtigste, was ihr finden müsst, ist ein riesiges Schiff in der Luft. Ah ja, klar. Dann ist Daniel Lüthra drin. Kann man, glaube ich, nicht übersehen. Aber die spawnen eh nur bei diesen Städten. Äh, äh, der Enderman hat einen Rucksack an. Nein! Das ist ein Ender-Rucksack. Den musst du töten. Oh, wie süß! Dann kriegst du den. Ja, den musst du töten. Wie süß! Wie süß! Der ist gerade auf dem Weg zur Schule. Guckt mal, wie süß der Schiff ist. Ich hab das Boot! Oh, sieht das krass aus. Es lohnt nicht. Es ist wichtig, pro Stadt und pro Schiff eigentlich nur eine Person. Ja. Da könnt ihr am Ende weitergehen. Ich kann euch dann rüberbauen. Aber bei diesem Schiff wurde jetzt schon gelootet, oder was? Ja. Apparently scheiß ich nicht. Also, ob wir brauchen dann diese Bühne. Kann jemand den hier kaputt machen, na? Weil ich werde hundertprozentig sterben, wenn der hier jetzt weiter aktiv bleiben. Ja. Ich bin ja gerade selber am Kämpfen gegen alle anderen. Bist du Army? Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid. Was willst du? Das Ding töten. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, der kaputt macht. Ja, klar. Ja, klar, klar. Bro, just almost killed me. Eine lange Reise durch das Nichts. Oh, oui, die Blü Lagune. Hält ja, wie viel die aushalten. Oh, also. Ich will nicht mehr fliegen. Muss bei jeder Stadt eine Elytra sein? Nur, wenn oben so ein Schiff ist. Oh, also ist die im Schiff? Ist die im Schiff? Ja. Die ist im Schiff. Dieser Sound. Ihr wart gar nicht in dem Schiff drin. Ja. Das ist das Wichtigste eigentlich. Ich gehe auch gerade dahin. Na gut, dann komme ich jetzt auch dahin und töte euch. Guck mal, wie du mich da rübergräbt. Ist ja bodenlos. Oder? Ah, lol. Ich schubse dich jetzt da runter, du. Ja, das ist toll, was wir hier machen, Böb. Schieße ich mir einen Bogen ab jetzt? Nee. Na klar. Schade, aber drauf. Alter, bis ich zu der nächsten Insel komme, brauche ich 100 Blöcke. Du kannst auch eine bauen. Ja, aber mit total... Das hat sie auch das letzte Mal gebaut, ja. Ich habe sie schon zweimal oder dreimal gebaut. War sogar einigermaßen okay, aber dafür brauche ich immer so viele Blöcke. Oh, der Sprung, der hat mich fast getötet. Es geht jetzt nur darum, dass ich so eine City finde, wie die, die wir gerade hatten. Wo so ein Boot war. Lumi war als erstes beim Boot, deswegen hat sie jetzt die Elytra bekommen. Ähm, und immer wenn so ein Boot ist, kann er eine Elytra drin sein. Also müssen wir selber alleine jetzt sowas finden mit einem Boot. Und dann kann es sein, dass wir auch eine Elytra kriegen. Weißt du noch, wo diese fette Insel... Ja, okay, ihr hattest natürlich vollkommen recht, hier gibt es absolut gar nichts. Ja, ich weiß, wo die fette Insel war. Ja, dann lass doch noch da bauen. Oh mein Gott, das war so risky. Das war so risky, ich schwitze. Fremd ist, heißt er etwa fremd. So, auf der nächsten Insel finden wir eine große Stadt mit zwei Booten. Es ist mir egal, was es nicht gibt. Ähm, wenn ich eine gefunden habe, kann ich die Koordinaten sagen und die sagen, dass es meines? Geht das? Wie? Weil es gibt ja nur pro Insel eine Elytra. Ich habe jetzt eine. Ja, dann mach doch. Okay. Dann hol die doch. Ja, ich meine nur, wenn jetzt noch einer da hinkommt zufällig. Und mir schneller die Elytra klaut. Ah, das ist doch kacke. Okay. Leute, oh mein Gott, ich habe die Insel mit einer Elytra gefunden. Das ist geisteskrank, oh mein Gott, Leute. Da ist das Schiff, Leute, da ist die Elytra drin. Oh, da ist auch kein gutes Zeug. Ich brauche ganz viele Blöcke erst mal. Ich bin auf die Kleine. Bist du aber drauf gelandet? Ja. Okay, immerhin, dann ist ja easy. Soll ich rüber bauen? Warte, ich habe noch ein bisschen... Ja, ich habe keine Blöcke mehr. Warte, ich fahre kurz was hier. Kann auch hier ein paar Autoren. Oh, ich gucke. Alter, sind das viele. Ich hoffe, der eine hätte auch irgendwie Akku gezogen. Das ist verschwunden, das ist nicht. Rechts von dir. Das werde ich niemals schaffen. Das werde ich... Nein, ich würde sterben. 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 Ich werd sterben, ich werd sterben. Ich werd sterben, ich werd sterben. Dann sind wir auch schneller. Wo ist das Boot, wo ist das Boot? Da. Ja, ich hab jetzt auch gemerkt, ich sollte auch... Ich vercrafte das alles durch. Ich auch nicht. Nein. Bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte lass mich leben, bitte lass mich leben. Ach ne. Kann ich jetzt nicht hinsehen? Es ist hier vorbei. Bitte, 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 bitte... Bitte, bitte, bitte... Juck mal, die ist riesig, aber ich seh kein Boot. Das ist verrückt. Nein. Oh, und die ist auch so weit weg. Was ist das für eine Lücke hier? Schon wieder mal. No, maybe. Okay, wie kommen wir denn dahin? Alter, ich schwitz so, ne? Warum ist das so? Äh, spawnen diese Kisten, spawnen die wieder? Ne, ne? Wenn du die einmal zerstört hast, die so schießen? Äh, nö. Ne, du musst diese Schalen davon aufsammeln und dann kannst du dir eine Schulka machen. Checker. Ui. Oh mein Gott, Schatten ist 4, Looting 3, stimmt. Nehmen wir. Ist das so generiert? Wie sah es? Alter, auf dem Boot sind auch noch Schalkers? Kann ich mehr. Hast du ein Boot gefunden? Ja, aber das ist der Kampf meines Lebens. Da hinzukommen. Am Ende ist es schon ein gelootetes Boot, das wäre so funny. Oh mein Gott. Aber da sind die ganzen Schalkers noch da. Warte mal, werde ich hier an Fallschaden sterben? Wette, wer zuerst eine Lytra bekommt, von den übrig gebliebenen? Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Äh, ich hab einer. Okay. Ich hab gewonnen. Also sind wirklich nur noch Lukas und ich? Ne, Timmit hat auch keine. Emi hat keiner. Oh nein, hier sind noch solche Dinger drin. Oh, ich fliege. Nicht gut. Oh, weißt du. Sag mal nicht neun. Ich hab sie! Okay, ich kann ab jetzt helfen. Geht's jetzt? Danke. Du brauchst Raketen, oder? Doch, ich hab Raketen. Wie viele? Äh, neun. Oh. Damit werde ich niemals zurückkommen, oder? Ich glaube, die Hilfe wird kurz sein. Oh, ich hab aber, äh, Tablet of Recall allows you to teleport to a memorized location. Ja, du musst die Location aber memorizen. Ey, bitte lass das jetzt gut gehen, das kann richtig in die Hose gehen. Ja. Leute, das ist meine allererste Lytra, die ich selber ganz alleine gefunden habe. Das ist so crazy, oh mein Gott. That's an achievement. Und wir haben den Enderdrachen gemacht und eine Lytra gefunden. Wie geil ist das denn? Yeah! Gibt es eine Chance, dass, wenn ich ne Dings finde, euch mit nem Boot hin-Waystonen kann? Ich hab'n Boot! Ich hab'n Boot! Ja, hol das Ding, wenn man satt. Ich find eine. Sterb ich jetzt hier? Ah, nee. Easy ist der machbar. Guard, das ist das denn hier? Vielleicht komm mal. Nein, ich hab'nそれでは. Aber, gerne, nein, wir mal. Wir sind die Geogisiaj ein und Speaker? carriers Rainbow-Zeug-Zeug-Zeug-Zeug-Zeug-Zeug-Zeug-Zeug-Z und climbedガt. foram da, aber ich darf unser Leben schwer ey im Faz.